Man macht das mit einer großen Anlage, was ganz gescheit ist und wo das nicht gemacht wird, das sind Anlagen, die funktionieren für Bauern, die schon 30 Stück viel haben, also die eher kleiner strukturiert sind. Dann haben wir auch noch den großen Bereich der Photovoltaik. Da hinter dem Herrn Bürgermeister haben wir von einer österreichischen Firma, die in Österreich produziert, so Photovoltaik-Ding stehen, so eine Photovoltaik-Zelle stehen, wie kann man sich jederzeit zum Beispiel daheim, autarke Energieversorgung, Mobilität, das ist Zukunft. Wenn ich den Sticker in die Stickdose stecke, dann geht einfach mein Stromzähler langsam und das, was ich produziert, kann ich sozusagen völlig problemlos einspeisen. Na emergente.